Hallo in der Runde, willkommen zur Heldenvorstellung für Susuna. Das ist die Heldin des Monats im Monat Mai. Fünf Sterne blau, Magierin Familienbonus wird am Ende des Jahres enthüllt, beziehungsweise mit dem 01.01.2024. Ihre Passiv sind Immunität gegen Feinde und gegen Heilungsreduzierung. Heilungsreduzierung gibt es mittlerweile ein paar, auch außerhalb des Sand-Empires. Ja, ist immer noch nicht die Hammerfähigkeit, sag ich mal. Und das Passiv ist eigentlich auch egal. Zumal bei der Heilungsreduzierung muss man sagen, dadurch, dass ihre Fähigkeit ist, dass sie erst alle Statusleiden entfernt, ist das auch scheißegal, ob sie da Immun gegen Heilungsreduzierung ist. Vorweg, wer nicht lang das Video gucken will, meiner Meinung nach, hat sie genau wie der gelbe Held des Monats bisher nur einen einzigen Auftrag und das ist im Seelentausch getauscht zu werden. Sie ist Heilerin, dementsprechend ist der Angriffswert auch überhaupt nicht wichtig. Die Verteidigung ist, finde ich, persönlich ein bisschen wenig, selbst im Vergleich zu anderen Helden des Monats. Und die Lebenspunkte sind vollkommen okay. Ihre Fähigkeit Easy Breezy Aura ist schnell, das heißt, mit drei Matches ist sie geladen. Als erstes nimmt sie die Statusleiden von sich und ihren befreundeten Kumpels links und rechts von ihr runter. Dementsprechend auch dieses Passiv gegen Heilungsreduzierung ist einfach sinnfrei, macht überhaupt keinen Sinn. Dann macht sie das, sie und ihre beiden Nachbarn, Statusleiden und negative Stacks auf, also die reflektieren das für drei Züge. Das ist eigentlich eine coole Sache. Stacks gibt es ja mittlerweile ein paar, die negative Stacks machen, insbesondere Verteidigung, Toguk, Elduke von den Gargoyles und andere und natürlich auch die ganzen Statusleiden. Und das ist halt Deathdown, Angriffsdown, Schaden über Zeiteffekte, Sand, Wasser, Feuer, Gift. Das ist schon cool. Kann man einfach mal so stehen lassen. Dann kommen wir zu meinem hauptnegativsten Punkt und zwar regeneriert sie Lebenspunkte über drei Züge. Lebenspunkte über drei Züge hat Vor- und Nachteile. Vorteile hat es zum Beispiel, wenn man das aktiviert und weiß, im Krieg kommen die Pfeile, schlagen einen, kann man direkt wieder weghalten. Man kann damit Statusleiden, die sie ja jetzt eh reflektiert, ja. Aber normalerweise könnte man das dann einfach mit gegenheilen, während eine normale Heilung auf den Punkt immer dann gebraucht wird, was es ist. Wenn man sich das genau anguckt, über drei Züge ist nicht so lang. 600 Lebenspunkte über drei Züge sind 200 pro Runde. Das ist okay, wenn man davon ausgeht, dass sie vielleicht schon in vier Runden wieder auslöst, wenn sie in der Verteidigung steht. Das Problem dabei ist, dass sie über drei Züge 600 Lebenspunkte heilt. Und da gucken wir einfach mal kurz in die Rechnung. Ein Riga heilt 42 Prozent. Runden wir mal auf 40 Prozent runter. Da wären wir bei einem Drittel mehr, ein bisschen 600, 400, 450, aber auf den Punkt bei ihr. Je höher die Helden sind, und das ist nämlich das, worauf ich hinaus will, je mehr Lebenspunkte sie haben und je mehr sie gebraked sind. Es gibt ja gebrakete Helden mit Doppelbreak, die über 2000 Lebenspunkte haben. Da sind 40 Prozent einfach mal 800 Lebenspunkte plus. Und 800 Lebenspunkte ist halt einfach mal deutlich mehr als 600 über drei Züge. Dementsprechend bin ich überhaupt kein Freund von ihr und von Heilung über Zeit. In Bonus-Booster-Turnieren zählt Heilung über Zeit. Natürlich als zusätzlicher Buff. Und dementsprechend machen die Helden auch mehr Schaden. Ist okay. Sie ist heiler, aber nur auf drei Ziele. Also, überhaupt nicht mein Ding. Ich wüsste nicht, wo ich sie positionieren soll. Am Titan? Nein. Als Tank gibt es deutlich bessere blaue Tanks. Also, viele, viele bessere blaue Tanks. Ich hätte Bennu, ich habe den Krampus. Ich habe garantiert noch mehr. Was alles besser geeignet ist als Tank. Weil sie hat keine hohe Verteidigung und hohe Lebenspunkte hat sie auch nicht. Und die Klasse passt auch nicht zum Tenken. Also, kurzum. Dieser Held ist einfach nur für den Seelentausch gedacht. So, wie ich es am Anfang gesagt habe. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, vielen Dank fürs Zuschauen. Euch einen schönen Sonntag. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.